Lektion 217 Ein Kurs in Wundern Kreuthof Verlag Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Nur meine Dankbarkeit kann ich verdienen. Wer sollte für meine Erlösung danken, außer ich selbst? Und wie, wenn nicht durch die Erlösung, kann ich das selbst finden, dem mein Dank gebührt? Und wie, wenn nicht durch die Erlösung, kann ich das selbst finden. Ich bin kein Kappa, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Nur meine Dankbarkeit kann ich verdienen. Wer sollte für meine Erlösung danken, außer ich selbst? Und wie, wenn nicht durch die Erlösung, kann ich das selbst finden, dem mein Dank gebührt? Vielen Dank. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf.